Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Bei unserem Versuch, die Welt zu verstehen, da sind wir mittlerweile tief in der Kosmologie gelandet. Wir haben die Friedmann-Gleichungen kennengelernt, die das Verändern eines Skalenfaktors mit der Zeit beschreiben, in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern. Damit lässt sich jetzt diese Chronologie eines expandierenden Universums nachzeichnen. Und genau das wollen wir jetzt tun. Und dabei werden wir auf einige Probleme stoßen. Also wir haben ja Anfangsbedingungen oder wir haben Annahmen getroffen. Zum Beispiel das Universum soll isotrop sein und homogen. Da stellt sich die Frage, dürfen wir das jetzt eigentlich in dieser Allgemeinheit fordern? Wie kommt es dazu? Und da gibt es dann jeweils auch Lösungsansätze, warum man solche Bedingungen treffen darf. All das wird uns eine Weile beschäftigen. Die Frage aller Fragen, was ist denn jetzt beim Urknall eigentlich der Knall gewissermaßen? Also wir wissen ja längst, dass es hier nicht knallt, sondern dass wir hier an jedem Punkt im Raum ein Phänomen haben, das dazu führt, dass dort die Entfernungsskala sich aufweitet. In Form eben dieses Skalenfaktors. Aber was genau führt denn jetzt dazu? Wie stellen wir uns das vor? Also wo ist das Gaspedal, der Bang des Big Bangs? Und bevor wir jetzt all diese Fragen aufrollen, wollte ich in diesem Video ein übergeordnetes Thema öffnen, eine übergeordnete Frage stellen. Braucht es denn das alles überhaupt? Geht es nicht auch ohne Urknall? Das ist doch erstmal natürlicherweise die Frage, wenn man sich mit so einem schwierigen Verständnisproblem wie einem expandierenden Raum auseinandersetzen muss, womöglich noch aus einer Singularität heraus. Also geht es ohne? Gibt es Friedmann-Modelle? Ohne Urknall? Ohne Big Bang? Und darum soll es heute gehen. Mittlerweile sind Sie ja längst vertraut mit naturwissenschaftlicher Herangehensweise, mit naturwissenschaftlicher Denkweise. Wir haben ja gemeinsam so viele der großen Theorien schon durchexerziert. Und das Prozedere ist immer das Gleiche. Wenn Sie eine neue Hypothese hier platzieren wollen, wenn Sie also aufgenommen werden wollen in die heiligen Hallen der Wissenschaft, dann müssen Sie in der Lage sein, alle bestehenden Daten, Beobachtungen, Experimente, Theorien mit zu beinhalten. Also Sie dürfen da nirgends anecken. Sie müssen die Daten reproduzieren können. Also Sie können ja nicht einfach mit der Axt im Walde hier durchschlagen. Ich hatte das im ersten Kapitel mal erklärt oder versucht zu zeigen anhand dieses Malens nach Zahlen. Die Daten waren diese Zahlen, die bestehenden Daten und dann ist man gezwungen, erstmal ein Bild zu zeichnen, das durch diese Punkte alle hindurch führt. Ansonsten kommen die Experimentatoren morgen um die Ecke und sagen, hey, ihr wisst doch ganz genau, wir haben hier ein Experiment aufgebaut, die Natur hat immer das letzte Wort und die Natur ist ja anderer Meinung als du mit deiner Hypothese. Ja, schön, dass du da warst und komm wieder, wenn du die Punkte alle erfüllst. Das war's dann. So ergeht es natürlich jetzt auch der Kosmologie. Also den Versuch, dieses Universum als Ganzes zu beschreiben. Wir haben mächtige Türsteher, wenn man so will, vor diesen heiligen Hallen der Wissenschaft und die lassen uns jetzt erstmal nicht rein, wenn wir zum Beispiel mit einem statischen, ewig wehrenden Universum an die Pforte klopfen. Da hatten wir doch schon die Thermodynamik kennengelernt, diese mächtige Türsteherin, die sofort mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik hier uns drüber brät und sagt, na Moment, wenn Prozesse fortschreiten und wir lange genug Zeit lassen, werden wir uns dem thermodynamischen Gleichgewicht annähern. Und lange genug Zeit nehmen, naja, wenn wir ein ewiges Universum haben, dann ist das per Definition ausreichend Zeit. Das heißt, in einem ewig wehrenden Universum müsste man thermodynamisches Gleichgewicht beobachten. Dann gäbe es vermutlich nicht mal einen Beobachter, weil dann gäbe es uns nicht, keine Sterne, keine Planeten, keine Galaxien, was auch immer. Alles wäre auf einheitlicher Temperatur, alles wäre miteinander im thermodynamischen Gleichgewicht. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Das war die große Krux für die statischen Modelle. Tatsächlich zeigt sich, dass alle diese Modelle, die mit dem Attribut ewig daherkommen, mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik im Clinch liegen. Man könnte ja zum Beispiel sagen, ja okay, vielleicht dehnt sich das Universum wirklich aus. Es gibt ja viele Beobachtungen, die dafür sprechen. Aber das heißt doch nicht, dass es automatisch mit einem Urknall, also mit einer Singularität, mit einer kleinsten Ausdehnung begonnen haben muss. Es könnte doch auch sein, dass es einfach in einer gewissen Form pulsiert, oszilliert. Es wird größer, wird kleiner, wird aber nie kleiner als zum Beispiel so eine Orange. Dann wird es wieder größer und wieder kleiner, aber nie kleiner als diese Orange. Und immer weiter, immer weiter. Könnte ja ewig so vor sich hin oszillieren. Und wir sind eben gerade jetzt in einer Phase, in der es wieder expandiert. Deshalb passen diese Beobachtungen mit dem Skalenfaktor und der Hubble-Expansion so, wie wir sie beobachten. Ist ja erst mal möglich. Auch hier müssten Sie natürlich ewig oszillieren, sonst schieben Sie ja das Problem des Urknalls nur vor sich her. Sobald Sie ewig oszillieren, wie auch immer, hätten Sie längst im thermodynamischen Gleichgewicht landen müssen. Und dann geht die ganze Diskussion wieder von vorne los. Dann gibt es noch Ansätze, ja, vielleicht oszillieren Sie in einer gewissen Form, aber jede Oszillation ist einen Ticken größer als die vorhergehende. Und so haben Sie Platz außerhalb des beobachtbaren Universums. Und da könnten Sie irgendwie die Entropie so ein bisschen entsorgen in diesen Bereichen. Und dann, ja, möchte man sich so ein bisschen da entlang lavorieren und vorbeischummeln an der Türsteherin. Aber wir können jetzt, und das ist das Wunderschöne aus meiner Sicht jetzt, wir haben so mächtige Mittel jetzt an der Hand. Wir können uns dieser Frage jetzt mal völlig unvoreingenommen widmen. Gibt es denn so ein Friedmann-Universum ohne einen Urknall? Also wir haben doch gesehen, ja, wenn wir uns hier so einen Skalenfaktor nehmen, also entweder tragen wir hier den Skalenfaktor auf oder die Länge D0, die heutige Ausdehnung mal den Skalenfaktor, das skaliert ja nur diese Achse. Im Endeffekt ist es nichts anderes, als A gegen T aufzutragen. Also Sie könnten sich hier auch noch eine Entfernung denken, die dann immer zur Ausdehnung des Universums führt. Und eines ist klar, dass die bisherigen Gleichungen, die wir gesehen haben, sind ja zwei wunderbare Gleichungen. Die eine sagt uns, wie sich A-Punkt verhält, also die Änderung des Skalenfaktors. Und die zweite Friedmann-Gleichung sagt uns, wie sich A2-Punkt verhält, also wie sehr sich die Geschwindigkeit, mit der sich dieser Skalenfaktor verändert, wiederum verändert, also die Beschleunigung. Und da haben wir gesehen, okay, unserer bisherigen Auffassung zufolge geht es jetzt hier los, so ein bisschen wie die Wurzel, diesem Zusammenhang, hatten wir ein eigenes Video dazu gemacht, dann irgendwie so hoch zwei Drittel, also es geht hier irgendwie so hoch, und dann kommt es hier zu der Beschleunigung, sobald eben hier ist der Übergang vom Strahlungsdominierten zum Materiedominierten und nach dem Übergang vom Materiedominierten zum Lambda-Dominierten kommt es eben hier schon ein Ticken vorher zu dieser Beschleunigung. Also das ist das, was wir bisher so gemacht haben. Naja, und jetzt spricht ja nichts dagegen, einfach mal zu sagen, ja, im Moment mal, wie wäre es denn, wenn wir da vorne irgendwas anders veranstalten? Also wir könnten doch irgendwo hergekommen sein und eine Mindestausdehnung nie unterschritten haben und dann hat sich das Universum halt so entwickelt. Das ist ja diese Idee. Das könnte jetzt auch ein paar Mal gewesen sein, aber machen wir es uns nicht schwerer, als es sein muss. Nur diese rote Kurve, die hat jetzt ganz klare Eigenschaften. Insbesondere hat sie jeweils eine Steigung an jedem Punkt. Und wie man sieht, geht sie anfangs sehr steil nach unten, also eine starke negative Steigung, eine große negative Steigung, und dann wird sie flacher, 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 bis zu einer horizontalen Tangente. Da ist die Steigung also 0 und anschließend nimmt die Steigung wieder zu. Also sie kommt sehr stark negativ daher, wird irgendwann 0 und geht dann ins Positive. Ja, was heißt Steigung? Die Änderung von A mit der Zeit. Also haben wir an dieser horizontalen Tangente, kriegen wir ein A-Punkt gleich 0. Das ist jetzt normale Kurvendiskussion. Wenn Sie so einen horizontalen Tiefpunkt hier beschreiben wollen, dann muss an dieser Stelle die Steigung 0 sein. Hier. Also muss hier diese Bedingung gelten. Ebenso, das könnte ja jetzt ein Hochpunkt sein, irgendwas in dieser Form, dann hätten Sie auch eine horizontale Tangente. Aber dann würde die Steigung erst positiv daherkommen, flacher, flacher, flacher werden und dann ins Negative gehen. Dann wäre also die zweite Ableitung kleiner 0. Hier ist es gerade andersrum. Hier kommen wir vom Negativen, werden 0 und gehen dann ins Positive. Das heißt, die zweite Ableitung an dieser Stelle muss größer 0 sein, muss zunehmen. Ja, und für diese zwei Bedingungen, diese Zwangsbedingungen, da haben wir doch jeweils eine Friedmann-Gleichung, die uns genau sagt, wie sich A-Punkt oder A2-Punkt eben jetzt in Abhängigkeit von anderen Parametern, insbesondere war hier immer von Rho die Rede, also von einer Dichte, von einer Materiedichte, von einer Strahlungsdichte, auch Lambda fließt hier ein in diese Gleichungen. Also hier gibt es einen ganzen Satz, die Krümmung von Parametern. Diese Zwangsbedingungen, wenn es eine solche Oszillation gegeben haben sollte, muss hier eine klare Zwangsbedingung gelten. Die können wir mit der Friedmann-Gleichung überführen in die Parameter. Die Parameter wiederum können wir beobachten im Universum. Und so kriegen wir ganz klare Zwangsbedingungen, wo wir sagen können, okay, wenn sowas irgendwann mal überhaupt theoretisch stattgefunden haben können soll, dann muss aber dieses oder jenes an den Parametern so oder so sein. Also diese Zwangsbedingung hier führt zu einer Zwangsbedingung dann letztendlich zum Beispiel für die Materiedichte, die man heute beobachtet. Da ist übrigens immer die gesamte Materie enthalten. Das wurde ein paar Mal gefragt in den Kommentaren schon und auch auf unserer Webseite. Also Strahlungsanteil heißt Strahlungsanteil, Materieanteil heißt Materieanteil. Da ist immer die gesamte Materie enthalten, die sichtbare wie auch die dunkle Materie. Und dann kommt noch der Lambda-Anteil. Der Materieanteil, den hatten wir mit ungefähr 30% abgeschätzt. Und jetzt können wir einfach mal schauen, was ist Sache. Wie groß müsste er denn rechnerisch sein? Also wenn man hier diese Bedingungen nimmt, dann führt das auf ein Verhältnis dessen, was wir an Materiedichte beobachten, zur kritischen. Dann hat man immer was Dimensionsloses. Also so ein Omega Materie. Und dann natürlich zum heutigen Zeitpunkt, also Null, weil das, wissen Sie alle, mittlerweile verändert sich ja im Laufe der Zeit. und das müsste eben jetzt höchstens, das dürfte also höchstens 1,5 Promille betragen. Also das ist himmelweit entfernt von diesen 30%, von denen wir reden und die wir beobachten. Das zeigt, da sind wir um Größenordnungen entfernt von der Beobachtung. Und das führt natürlich dann zu einem Widerspruch hier. Und natürlich könnte man jetzt auch den Skalenfaktor umrechnen in, wir haben ja gesehen, da gibt es zum Beispiel eine Beziehung zur Rotverschiebung. Man könnte also runterbrechen, wie stark dürfte denn bestenfalls die Rotverschiebung sein, die gerade noch beobachtbar ist. All das führt in Widersprüche hinein. Aber hier ist es, denke ich, am deutlichsten. Deshalb habe ich Ihnen das Beispiel herausgepickt. Hier sind wir wirklich meilenweit entfernt von der Beobachtung. Das heißt, ja, es gibt ein Friedmann-Universum mit solcher Eigenschaft, aber es ist nicht unser Universum. Es wäre ein Universum mit wesentlich weniger Materie zum heutigen Zeitpunkt, dann ist das durchaus mal möglich. In unserem Universum eben nicht. Selbst wenn man mal gewillt wäre, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ein bisschen zur Seite zu schieben oder etwas unter den Teppich zu kehren. Deshalb finde ich das Beispiel so schön, weil es zeigt einen völlig unvereingenommenen Ansatz und es zeigt auch die Mächtigkeit der beiden Friedmann-Gleichungen, die wir uns ja mit etwas Knirschen hergeleitet haben. Wenn also unsere Anfangsbedingungen, unsere Annahmen gültig sind, insbesondere, dass diese Welt, dieser Kosmos beschrieben werden kann, basierend auf der allgemeinen Relativitätstheorie, also mit den Feldgleichungen, dann kam es ja zu der Lösung der Friedmann-Gleichungen. unter der Bedingung, unter den weiteren beiden Bedingungen, dass das Universum eben isotrop und homogen ist. Zu diesen Detailfragen, da werden wir noch eigene Videos machen, aber hier mal vorab so viel, wenn die Bedingungen gültig sind und die Beobachtung uns nicht völlig in die Irre führt, was den Materieinhalt dieses Universums anbelangt, dann kommt es zu diesem Urknall, dann führt daran kein Weg vorbei. Wirklich überzeugt wurden die Anhänger dieser Steady-State-Modelle, allerdings von einer anderen Geschichte, nämlich von der Beobachtung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Fred Hoyle, der war ja so die Speerspitze dieser Steady-State-Modelle, hatte damals eben als diese kosmische Hintergrundstrahlung in dieser perfekten Planck-Form nachgewiesen wurde. Ein Planck-Spektrum von einer Güte, wie wir es selber im Labor gar nicht herstellen könnten. Da haben die sofort die Waffen gestreckt und haben gesagt, okay, dann müssen wir über Expansion nicht mehr reden, weil ein Planck-Spektrum, das hatten wir ja, ich hatte es Ihnen in der Abbildung 12.10 schon mal gezeigt, also wenn Sie das Buch lesen, begleiten zu den Videos oder auch im Video eben zur kosmischen Hintergrundstrahlung, da sind wir auch detailliert schon darauf eingegangen, wer das nochmal nachholen möchte. Das ist also die Frage, wie viele Photonen haben Sie jeweils mit welcher Intensität, also was sehen Sie hier wirklich? Wenn Sie die kosmische Hintergrundstrahlung analysieren. Und da hat jede Temperatur jetzt einen charakteristischen Verlauf in Form dieser Planck-Kurve. Aber eine Planck-Kurve bleibt nur dann eine Planck-Kurve, wenn Sie neben der Temperatur auch die Dichte verändern. Das heißt, Sie brauchen zwangsläufig hier eine Veränderung des Volumens, wenn Photonen hier darin enthalten sind, also eine, zum Beispiel eine Aufdehnung durch einen Skalenfaktor, damit wirklich aus einer Planck-Verteilung stets eine Planck-Verteilung folgt. Und wenn Sie eben heute eine beobachten und Sie wissen, das Ganze hat sich auf die Reise gemacht, 380.000 Jahre nach dem Urknall, dann ist das eine extrem scharfe Bedingung. Es könnte natürlich völlig pathologisch und zufällig irgendwie ganz wild gestartet sein und morgen und übermorgen schon wieder ganz, ganz wild sein, aber ausgerechnet heute, wo wir es beobachten, eben eine Planck-Verteilung purer Zufall. Ja, das wäre prinzipiell noch möglich, aber das war dann doch allen Beteiligten zu wild. Zwischenzeitlich hatte man noch versucht, Planck-Verteilung gibt es ja immer dann, wenn wir Wärme haben, also Sterne können das nicht anbieten, weil da ist in der äußeren Schicht, die sind ja schon ein Stück innerhalb auch durchgängig für Photonen, das heißt, die Photonen kommen nicht alle direkt von der letzten Ebene, sondern die kommen auch schon ein Stück innerhalb, dann gibt es diese Spektrallinien und all das hatten wir auch schon separat ja mal gezeigt und da hat man gesagt, ja, vielleicht gibt es da draußen doch noch was, was einfach nur Wärme erzeugt, eben keine Sterne, sondern von so einer Supernova könnte es ja zum Beispiel irgendwelche Eisenspäne geben, die da übrig sind, vielleicht so kleinste Eisennadeln oder Späne, die eben dann angestreut werden, dadurch eine bestimmte Temperatur haben und dadurch eben dieses Planck-Spektrum liefern. das wir dann beobachten in allen Richtungen. Das hat sich dann aber nicht halten können, weil genauere Berechnungen zeigen, das hätte relativ nah sein müssen und da wäre es uns dann einfach schon aufgefallen. Also innerhalb der Entfernung zur Andromeda-Galaxie beispielsweise, da ist es jetzt ganz schwer noch irgendwas Wildes anzunehmen, was hier überall isotrop im Raum gleichermaßen aussehen würde. Also damit war diese Lichtermüdung, das ist ja auch so ein Oberbegriff, also die Tatsache, dass ja, wenn wir nur eine Rotverschiebung beobachten, dann könnte ja auch das Licht selber einfach nur irgendwas erleiden unterwegs, was man dann unter Ermüdung zusammenfasst. also irgendetwas, was das streut irgendwo oder irgendwas passiert ihm einfach unterwegs, irgendein Mechanismus, den wir noch nicht kennen und der würde dann zu dieser, zu diesem Energieverlust führen und infolgedessen zu dieser Verlängerung der Wellenlänge, zur Rotverschiebung. Und diese Lichtermüdung, die ging eben Baden mit der Planck-Verteilung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und das war eine ganz tragische Geschichte, weil Fred Hoyle, wie gesagt, der große Verfechter dieser Steady-State-Modelle, der hatte einen langjährigen Freund, einen Studienfreund sogar. Die beiden hatten gemeinsam hier Physik studiert und zwar war das Wilson, Robert Wilson. Und dieser dicke Kumpel, der hat, ohne dass er es wollte, dieser Lichtermüdung den K.O.-Schlag versetzt, weil er, hatten wir ja schon mal in einem eigenen Video gezeigt, zusammen mit dem geborenen Münchner Arno Penziers an den Bell Laboratories die kosmische Hintergrundstrahlung als erster gemessen hatte. Ich erinnere an diese 15-Meter-Horn-Antenne mit diesem Signal, wo sie nicht wussten, ist das jetzt irgendwelcher Taubendreck in der Antenne oder woher kommt dieses Störbrummen? Und dann hat sich gezeigt, nein, dieses Störbrummen ist de facto von da draußen kommend, das ist eine Aufnahme dieser extrem rot verschobenen kosmischen Hintergrundstrahlung. Und dieser dicke Kumpel von ihm hat dann den K.O. versetzt, dieser Theorie, für die Fred Hoyle so lange gekämpft hatte. Das hat nochmal eine Neuauflage erfahren dann im Zuge der Loop-Quanten-Gravity, also der Schleifen-Quanten-Gravitation. Wenn Sie sich daran erinnern, auch im Kapitel 12, da war so eine ähnliche Überlegung. Also man hätte da auch gerne gehabt, dass die Welt aus kleinsten Körnchen aufgebaut ist. Also eine Körnigkeit der Raumzeit, gewissermaßen. Und wenn Sie sich erinnern, da war dieses Schlagwort Hubble Pictures are too crisp. Diese große Headline, die diese Theorie so schwer angeschlagen hat dann. Die Hubble-Bilder sind zu scharf, als dass so etwas sein könnte. Weil, wenn so ein Photon irgendwas erleidet unterwegs, was es ermüdet in irgendeiner Form oder im Energie nimmt. Wenn also tatsächlich so eine Streuung an zum Beispiel einer Körnigkeit der Raumzeit stattfinden würde, dann wäre das frequenzabhängig. Das ist ja die Geschichte mit blau bricht stärker als rot. Warum ist der Himmel blau? Das heißt, wir müssten heute in unseren Teleskopen beobachten können, dass Licht von sehr, sehr weit entfernten großen Ereignissen, energiereichen Ereignissen frequenzabhängig bei uns ankommt. Zeitlich versetzt ein wenig, dann müsste es Effekte geben, sogenannte Eri-Scheibchen. Also es müsste optische Effekte geben, aus denen klar hervorgeht, diesem Licht ist unterwegs, was wieder fahren. Und das zeigt sich nicht. Ich mache das kurz an dieser Stelle, diese Argumentation, weil wir das ja schon im Detail alles aufgerollt haben. Ich verweise noch mal auf das Kapitel 12. Ein weiterer Aspekt, der aus der Beobachtung sehr erdrückend ist, hinsichtlich eines Urknalls, ist die Frage, Lichtgeschwindigkeit ist konstant. Das ist ja so diese große Invariante in all unseren Überlegungen. Das heißt also, wenn wir ein Ereignis hätten, idealerweise eine Uhr, eine laufende, tickende Uhr, in großer Entfernung, dann könnten wir darauf zurückschließen, wie sich nicht nur der Raum verhält, wir haben ja gesehen, nur der Raum expandiert, unter Annahme eines Urknalls, mit anschließender Friedmann-Expansion, sondern wie die Auswirkungen dann auch auf die Zeit, also auf das zeitliche Eintreffen von Photonen aus diesen Ereignissen bei uns wäre. Das ist ja diese Querverbindung in die Zeit hinein. Nicht die Raumzeit expandiert, aber die Zeit von zwischen ankommenden Photonen würde sich verändern in einem expandierenden Universum, weil wenn mit jedem Ticken der Uhr ein Photon abgesendet würde. Das erste Photon den großen Vorteil hat, dass sein Weg bis zu uns noch ein bisschen kürzer ist. Während das zweite Photon ja schon durch ein Universum hindurch muss, dass das Vermöge des Skalenfaktors einen Ticken gedehnt wurde. Das heißt, das ist benachteiligt. Läuft ja fast schon auf der Außenbahn, wenn man so will. Das dritte, vierte, fünfte, Ente-Photon jeweils mit dem Ticken der Uhr verbunden, würde also immer weiter, 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 weiter unterwegs sein, immer mehr benachteiligt werden durch den Skalenfaktor, was dazu führt, dass die Ereignisse dann bei uns, wenn sie ankommen und wir mitzählen und den Zeitraum messen zwischen solchen Ereignissen von eintreffenden Photonen, dass das eben nicht mehr Sekunden sind jeweils, sondern die Zeiträume länger werden. Weil die Photonen, die Lichtgeschwindigkeit ist halt mal konstant, länger zu uns gebraucht haben. Jetzt gibt es hier nicht diese Uhren, die man ablesen kann im Universum, aber es gibt Prozesse, von denen wir ganz genau wissen, wie lange sie ablaufen. Und genau die beobachten wir natürlich. Und da sind wir wieder bei den Standardkerzen. Man nimmt so eine Supernova, 1a beispielsweise, da denkt man, man weiß ganz genau, was ist die Ausgangsbasis. Man hat also hier Kohlenstoff und Sauerstoff in diesem weißen Zwerg und dann kommt es zum Überschreiten der Chandra-Seca-Masse. All das wissen Sie ja schon besser als ich mittlerweile. Jetzt haben sowohl Kohlenstoff als auch Sauerstoff gleich viele Protonen und Neutronen. Das heißt, was daraus entsteht, hat auch wieder gleich viele Protonen und Neutronen. Das ist instabil. Wir haben jetzt hier so etwas Nickel, 56 zum Beispiel, zerfällt zu Kobalt. Das heißt, die Supernova läuft ab und dann kommt es zu einer charakteristischen Lichtkurve. Die Lichtkurve hängt nun davon ab. Ein Großteil dieser Energie wird gespeist durch Radioaktivität dieser Folgeprodukte, die jetzt hier fusioniert werden bei dieser Explosion. Und das ist halt jetzt mal sehr viel Nickel. Und dieses Nickel zerfällt zu Kobalt. Da wissen wir ganz genau die Halbwertszeit. Das Kobalt wiederum zerfällt dann zu Eisen. Da haben wir auch aus unseren Labors ganz genau die Halbwertszeit. Das sind unsere Uhren. Die Lichtkurven sehen wir. Jetzt schauen wir uns also die frühen Photonen an. Nehmen wir das erste Photon meinetwegen. Nicht immer erwischen wir das erste, aber wir nehmen ein sehr frühes Photon. Dann nehmen wir sehr späte Photonen. Wir haben den charakteristischen Verlauf dieser Kurve und da können wir ganz genau herauslesen, wie hat sich vor Ort wann welches Photon auf dem Weg gemacht. Das ist unsere Uhr, die im regelmäßigen Abstand hier Photonen schickt. Wir betrachten bei uns dann die zeitliche Verzögerung des Auftreffens und dadurch wissen wir die Photonen wurden der Reihe nach benachteiligt, weil sie sich durch ein expandierendes Universum bewegt haben. Da gibt es diese schöne Grafik dazu, wie es sich verhält. Einmal diese Steady State, diese Lichtermüdung, dieser Ansatz und einmal eben diese Verzögerung, diese Dilatation, diese zeitliche Verzögerung des Auftreffens des Lichts dieser Photonen hier bei uns. Also das war dann ultimativ erdrückend, diese Übereinstimmung. Weitere Ansätze, weitere Indizien, würde ich es mal nennen, für ein expandierendes Universum bietet dann die sogenannte primordiale Nukleosynthese. Auch das werden wir uns nochmal ganz genau in einem eigenen Video anschauen. In der Kurzversion, es gibt eine Frühphase im Universum, wenn es einen Urknall gab, dann war es sehr, sehr dicht und sehr, sehr heiß. Heiß genug, um zu fusionieren. Heiß und dicht genug, um Elemente, Kerne miteinander zu fusionieren. Und da gibt es eben jetzt einen Bestandteil, der ist bevorzugt bei so einer Fusion, weil er nicht die Kuloabstoßung erleidet. Wir haben ja immer das Problem, wenn wir irgendwas mit irgendwas anderem fusionieren, dann haben wir meistens hier ein paar Protonen und da ein paar Protonen in diesen Kernen. Und wenn es nur ein Proton ist im Wasserstoffkern, dann müssen sie immer gleichnamige Ladung mit gleichnamige Ladung aneinander bringen, das ist unangenehm, Kuloabstoßung. So, jetzt muss die Dichte hoch genug sein und die Temperatur hoch genug sein, damit das überhaupt passieren kann und hier die Fusion zupacken kann, weil sie nur so kurze Reichweite hat. Wissen Sie alles mittlerweile. Und das Neutron, tja, das hat keinen Stress mit irgendeinem Kuloabstoßung, mit irgendeiner Abstoßung. Das hat keine elektromagnetische Ladung. Also, die Bestandteile darin, aber nach außen hin. Ja, warum spielt das jetzt bei uns in unserer Welt keine Rolle? Ja, weil die mittlere Halbwertszeit von freien Neutronen, die ist halt nur ungefähr eine Viertelstunde, dann sind die zerfallen. Deshalb ist heutzutage hier kaum irgendwo ein freies Neutron unterwegs. Wenn ich aber in der Frühphase des Universums mich befinde, erst ein paar Minuten nach dem Urknall und freie Neutronen eine Viertelstunde mittlere Lebensdauer haben, dann wimmelt es da noch von diesen Neutronen. Und dann spielen die natürlich eine sehr tragende Rolle bei dieser Fusion. Das kann man alles theoretisch rechnen und kann die Fusionsprodukte ermitteln und kommt darauf, dass das Universum, das dann entstehen würde, wenn man einen Urknall voraussetzt, diese Temperaturverläufe sich dann entsprechend berechnen lassen, die freien Neutronen nach 878,5 Sekunden oder nach einer Viertelstunde ungefähr zu fallen sind, dann müsste es zu einem Universum kommen, das zu drei Vierteln, wenn man die Massen betrachtet, aus Wasserstoff besteht und zu einem Viertel aus Helium und der Rest ist eigentlich untergeordnet. ein Prozent von irgendwas, ein bisschen Lithium und solche Geschichten. Ja, was soll ich sagen, wenn man hinausschaut ins Universum? Das ist unser Universum. Also unser Universum ist in wenigen Sätzen beschrieben im Endeffekt. Es ist sehr, sehr viel Wasserstoff und noch eine Menge Helium und das war's. Der Rest sind eigentlich nur Schmutzeffekte. Das passt wunderbar zu diesem Modell dieser Fusions-Orgie da zu Beginn dieses Universums aufgrund dieser hohen Dichten und Temperaturen, die wir dann Urknall nennen. Also das ist aus meiner Sicht eines der stärksten Argumente, weil es ein Beobachtungswert ist, der am weitesten zurückreicht. Ansonsten scheitern wir ja immer an dieser Schwelle dieser 380.000 Jahre nach dem Urknall, dieser kosmischen Hintergrundstrahlung, da kommen wir mit unseren Teleskopen eben nicht tiefer rein, weil das Universum dann optisch dick ist, da geht nichts mehr mit Photonen, aber mit der primordialen Nukleosynthese, mit den Produkten, die damals entstanden sind, da kommen wir bis auf eine Minute ran an den Urknall. Eine Minute im Vergleich zu 380.000 Jahren, das ist eine ganz andere Mächtigkeit. Im weiteren Verlauf sehen wir dann, wird das Material alles prozessiert, auch das ist wieder ein starkes Indiz für ein expandierendes, sich veränderndes Universum zumindest, weil wir den Objekten klar ansehen, dass sich die Metallizität, wie sich das verändert. Das heißt, der Anteil an schweren Elementen nimmt in jedem Schritt zu, weil das Material einfach kollabiert, einen Stern bildet, zündet, der Stern seinerseits Fusionsprozesse antreibt und dadurch die Metallizität, also das vorhanden Sein schwerer Elemente vorantreibt. Den zerfetzt es irgendwann wieder in einer Supernova, dann wird das Material wieder freigesetzt, neue Wolken kollabieren wieder unter dem eigenen Gewicht, aber eben jetzt Wolken, die mehr schwere Elemente enthalten. Deshalb nennt man das zunehmende Metallizität und das beobachten wir da draußen. All das widerspricht einem stetig steady state ewig währenden Universum. Radioastronomie ist dann auch noch in der Lage, die können ja eben diese schönen langen Wellenlängen betrachten und wenn in der Frühphase irgendwas stattgefunden hat und es so stark rot verschoben wurde, dann ist das, was wir heute sehen, eben schon sehr, sehr stark und sehr, sehr groß von der Wellenlänge gedehnt. Also braucht es eine spezifische Beobachtungsmethode, um den auf dem Zahn zu füllen und wie dann so die Radioastronomie aufkam, dann wurde ganz klar, Mensch, die Strukturen, die wir da sehen im frühen Universum, die sind ganz anders als das, in der Jetzt-Zeit, also der Blick in die Vergangenheit offenbart andere Konstellationen als das Heute, also da ist offensichtlich ist das Universum im Wandel, das war dann offenbar. Aber all diese Argumente, die sind jetzt im Endeffekt nett, also da werden sie jetzt keinen eingefleischten Steady-State überzeugen irgendwie beeindrucken, das sind dann nur so Beobachtungsmethode, Sachen, da kann man immer ein bisschen dran wackeln und tun, also man könnte beispielsweise sagen, hey, aktive galaktische Kerne, das ist ja so ein klassisches Beobachtungsphänomen, weil das sieht man schon sehr, sehr früh in der Historie dieses Universums. Ja, so aktive galaktische Kerne, also schwarze Löcher, supermassive schwarze Löcher, die sind in der Regel auf Diät, weil die haben halt schon um sich rum ziemlich alles leergefegt. Aber ab und zu passiert es halt dann doch, dass so eine Wolke in ihren Einzugsbereich kommt und dann sehen wir sie, weil dann, also wir sehen im Endeffekt das, was sie veranstalten mit der Wolke. Die wird zerfetzt, gnadenlos, martialisch der letzte Aufschrei der Materie, da wird alles auseinandergerissen und auch in dieser Aggressionsscheibe reibt es sich immer weiter, treibt die Temperaturen hoch und das, was wir in einem Wort Quasare nennen. Jetzt wird dieses, diese Tatsache, dass Material zum aktiven galaktischen Kern kommt, das wird getriggert durch Zusammenstöße natürlich. Also wenn Galaxien mit anderen Galaxien kollidieren, also sogenannte Merger, ja dann kommt es natürlich zu ganz viel Tohu Wabohu und dann verirrt sich auch entsprechend viel Material hin zum aktiven galaktischen Kern und dann sehen wir in erster Linie Quasare. Also ist natürlich zu vermuten, dass in einem frühen Universum das dichter war, weil das Kalenfaktor viel, viel kleiner war, alles enger beieinander steht, damit die Wahrscheinlichkeit von Merchern viel höher ist, zu mehr beobachtbaren Quasaren führt. Also das ist zum Beispiel so eine Argumentation, wenn es um solche Beobachtungen geht. Wenn ich vorhin allgemein gesagt habe, da ist viel im Wandel und tatsächlich das beobachten wir halt auch. Also da gab es eine ganz große Quasar-Party, die war so zwei, drei Milliarden Jahre nach dem Urknall und und dann wurde das weniger. Passt natürlich super in das Bild von einem zunehmenden Skalenfaktor, der dann dazu führt, dass eben weniger Mercher zustande kommen. Aber wie gesagt, das sind alles Indizien, die gut ins Bild passen, aber die richtigen Brecher, das ist tatsächlich die Planck-Verteilung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Daran scheitern sie alle diese alternativen Modelle. Das ist so die Klinge, über die sie da alle springen müssen. Das ist der massivste Türsteher vor den Hallen der Naturwissenschaft. Wir haben unsere eigenen Randbedingungen getroffen mit der Isotropie und der Homogenität des Raumes. Das werden wir jetzt in den nächsten Videos genau aufarbeiten. Warum gehen wir denn davon aus? Tatsächlich können wir dann zeigen, dass ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Da gibt es einen bestimmten Prozess, der erzwingt das dann sogar letztendlich. Und dann werden wir uns jetzt tiefer mit diesem Phänomen Urknall beschäftigen. Ich wollte vorweg diese Grundsatzfrage aufwerfen. Braucht es denn das überhaupt? Und ich hoffe, ich konnte Sie so weit überzeugen, dass es sowohl theoretische als auch beobachtungsgetriebene Daten und Hinweise darauf gibt, dass so ein Urknallszenario sehr, sehr naheliegend ist. Das passt einfach wunderbar ins Gesamtbild. Und deshalb fordern wir uns in der Kosmologie, fordern wir unsere Gehirne mit diesem schon bizarren Ansatz. Das gebe ich natürlich schon zu. Also so ein expandierender Raum ist erstmal kein leichter Tobak, würde ich mal sagen. Ich habe das mal, um jetzt ein Schlusswort zu kriegen, ich weiß, ich habe das schon mal verwendet für die Neutrinos, die sind ja auch wirklich total durchgeknallt im Endeffekt. Aber hier hätte es auch wunderbar gepasst, das Zitat von Ephraim Lessing im Zusammenhang mit dieser expandierenden Welt, in der wir da leben, mit einem Skalenfaktor aufgedehnt. Der hat mal gesagt, wer über manchen Dingen nicht seinen Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren. zu haben, zu 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 verlieren,